BALDOS GATE BALDOS GATE BALDOS GATE BALDOS GATFORM SHOCKY Yes, to super will you stay with me when it's time for me to go i think i can do anything if you're there of course it's not a problem, where are you? first we'll make you fit i'm extremely glad to be in this thing together okay then we have harlin here halsin my good i can't remember the names karlack has had her mortality defined to her in most cruel terms i do not know if we can help her but perhaps we can at least be there for her just my pride i can't believe i allowed myself to be knocked unconscious and spirited a while it can happen impressive that she managed to move my bulk come to think of it i wonder how that was managed but in either case it seems i was insensible for much of my ordeal small mercies i have he speaks to me during my nightly meditations he is well and oliver also at times they are one and at others they divide easier for playing perhaps and the land thrives also i doubt you would recognize it perhaps one day you and i can both return and see it for ourselves only by reputation she was present when we marched against catholic thorn but on the far end of the battle lines from where i fought and in the chaos that ensued well our forces were scattered i let some to safety but never learned of her fate i'm glad to hear she survived though in truth i should not be surprised she was always said to be formidable and cunning i could have learned much from her no doubt no matter how long i live i will always strive to remain a keen pupil only a fool would think he could drink in all knowledge until none is left there is always more nature's tapestry is infinitely complex i cannot help but wonder how she would have handled some of the challenges i faced as archdruid would she have helped the refugees defended the grove controlled corga at least now we can benefit from her presence and perhaps work to a common goal common goal we have definitely so let's see here willie has also a problem the agony of knowing the end is near i spent years watching away my fears and doubts of my infernal fate and i eventually made my peace i had to you you will too karlak i know it mind flayers are like devils they just sport tentacles rather than wings clever manipulative exploitative the emperor says he's a friend i think we'd be fools to believe him maybe it's true maybe stalmain allied with a mind flayer and subjected the city to their political will or maybe he made an offer she couldn't refuse hmm i met her twice the first time i was a boy of seven or eight at a banquet in the flaming fist's honor one look and i was smitten chestnut hair that flowed behind her like willow fronds as she floated from one room to the next as if carried by clouds the second time the second time stelmeng was stelmeng was different even with the aid of a cane each step she took was a struggle every word she spoke took great physical effort a stroke victim i asked father later no he said a stroke survivor you sense uncertainty in will's voice he questions his father's explanation hmm hmm not a tragedy a calculated cruelty think about it my father was tadpole stelmeng is dead the people are frightened and the council's in disarray to exert control you must first sow chaos a tyrant strategy as father would say these murders aren't random acts someone powerful is guiding the killer's hand and the city is made weaker for it i think that unknowable powers come with unknowable consequences i can't say i'm not curious but once you take an illithid by the talon there's no telling how deep into the abyss it might drag you yes okay hmm 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 this could fit and this here we take the first, right? oh not 20 thank okay okay das kann ja nichts werden, ne? haben wir nicht noch einen Vorteil? nein okay wir müssten wirklich eine 20 würfeln, dass wir hier rauskommen aus der Nummer, ne? ich glaube nicht können wir nochmal? nein ja 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 wir haben das auch bisher nicht gemacht Das verstehe ich. Muss los. Nimm dich nicht mit in die Gruppe, weil wir sind schon fast voll. Komm mal mit. Okay, und wir wollen eigentlich ins Haus der Trauer, oder wie hieß es auf jeden Fall, die Quest von Schattenherz noch weitermachen. Geht's ja eigentlich, oh, okay, lass mal Schattenherz führen. Ja, wandern wir nicht, weil wir gehen jetzt mal deine Eltern finden oder deine Vergangenheit bisschen aufbereiten, keine Ahnung. Genau, ähm. Bisschen noch weiter runter und dann vielleicht mit dem, ähm, wie sagt man, mit dem Wegpunkt springen, oder? Weil das ist ja auf der Westseite. Mal eben auf die Map schauen gleich. Achso, sieht man hier gar nicht. Ähm. Ähm. Baldes Tor. Ja, gehen wir da hin. Ja. Ja, gehen wir da hin. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. No more slay, liberators, saviors, pawns, jews, fools, released, usefulness, and targeted. Okay, ich dachte wir müssen jetzt schon fighten, das wäre noch schöner gewesen. Gar kein Bock. Außerdem hat man gesagt, Schattenherz führt. So, ich meinte es wäre irgendwo im Westen hier gewesen, ne? Aus der Trauer da oben, genau. Okay, let's go. So, wann läuft die so komisch? Schon immer? Oh, moin. Na, das ist ja ein netter Empfang. Hm. Hmm... Oh, nice. Tür zu. Achso, ne. Oh, mit Fell. Schau mal. Let's go. Okay. Nicht, dass Schattenherz nicht hingesetzt hätte. Mit den Augen? Nur zu. Ich will nicht verstehen. Jetzt gib mir die richtige Antwort. Was ist dein Ziel in hier sein? Das Artefakt. Ich wurde es zu retriebe. At any cost. Und wer hat dich mit dieser Mission gearbeitet? Die Mutter Superior. Of Schatt. Es ist du. Gib mir die Honour von meinem Namen. In full. Ich... Ich kann nicht. Meine Erinnerungen... Ich weiß, was in deinem Kopf besser ist als du, Frau. Mein Name. Mutter Superior. Lyconia Devere. Du hast immer die Wissen, um zu erkennen, deine Besten. Gut. Jetzt descend. Du hast viel zu antworten. Oh, wow. Ich dachte, wir sind hier nun mal... ...meist so ein bisschen unterwegs. Das Knöpf hier macht das auch so auf oder was? Ja. Scheinbar, ne? Scheinbar, ne? Hm. Ah, kann grad mal reichen. Nope. Schade. Alter. Komm jetzt. 15 schaffst du. Huha. Ja. Das sieht mir auch so aus. Hm. Lecker. Ja. Oh, auch verschlossen. Okay. Diesmal aber schneller, mein Freund. 21. Sehr gut. Fein. Das hast du fein gemacht. Oh, schicke Klamotten. Gewand. Mhm. Ich will es nicht. Aber Helme. Guck mal hier. Wow. Genau. Ich nehme mal die ganzen Helme mit, weil die sehen alle nice aus, aber ob wir die wirklich es brauchen können, weil der sieht schon mal fresh aus. Weil Hel... Oh, Cowboyhut. Weil Helme sind ja immer irgendwie so Mangelware. Ich meine, wir haben zwar mittlerweile total viele Special Helme. Aber mal gucken, vielleicht ist ja hier irgendwas cooles dabei. Schauen wir jetzt aber mal nicht an. Erstmal hier ein bisschen looten. Gibt es ja noch irgendwas cooles. Wasser ist immer wichtig. Also, man muss echt viel Wasser trinken. Grundsätzlich. Komm. Oh. Nein. Kein Bock. So, hier die ziehen wir auch noch. Verschlossen. Schaffst du? Hm, was brauchen wir? 20. Jo. Ah, 12. Geht doch. Nehme ich. So und die hier. Oh, auch verschlossen. 5 Junge. Top. Sehr schön. Oh Junge. Wir wollen doch da reingucken in die Kiste. Okay, da ist noch so ein Tools. Okay. Ah ja. Kannst du mitnehmen. Muss das daneben. Geh bitte mal runter. Könnt ihr mal Platz machen, ihr Affen? Ja, das habe ich auch. Liebeswerkzeug nehmen wir. Ah, nö. Aber. Genau. Das nehmen wir alles mit. 500. Okay. Okay. I remember this place now. A whole stolen childhood spent in these halls. The Mother Superior must be close. Soon this will all be over. Keep going. Mother Superior will deal with you. Nicht so witzig, ne? Ok Ok Ich glaube nicht, das kriegst du gar nicht Enough Ich werde nicht antworten, nicht mehr Ich bin hier für meine Familie Das stimmt Ich weiß, was du getan hast Und es wird nicht schnell sein Das ist deine Familie Und jetzt hast du deine Brühe auf ihn Das Artifakt war deine letzte Chance für dich selbst Das schafft die wohl alleine Das wüsste ich aber Das wüsste ich aber A Lady's Show An die Hあと A kind of Hey .... Oh Unnown father Offering an embrace A Fag and Claw Das war's für heute. Okay. Alle können sauber, ne? Tschin. Tja, mein Vögelchen. Hm. 75. Okay. Sauber. 5 bis 14, bis 54. Oh, wow. Oh, wow. 9. Hm. Okay. Kann ich noch fliegen ein bisschen? Ne, ne? Doch. Und das zum Thema Fliegen, okay. Okay. Was sind das für Vögelchen? Hm. Okay, die Spur kommt alle hier hoch. Okay, wir wollen beide K-80 spielen wahrscheinlich. Hm. Hm. Okay, bisschen was weggezogen. Hm. Hm. Okay, geht nicht mehr. Noch mehr Zaubervögel. Nice. Hm. Obwohl, lass uns vielleicht doch lieber... ...oder noch besser wäre, natürlich, wenn das klappen würde, oder? Sehr gut. Okay. Bisschen was haben wir schon abgekriegt von wem denn? Ich weiß nicht. Oh. Okay. Okay. Oh, da stehen auch noch drei rum. 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 Noch mehr, Alter. Was ist denn hier los? Okay, die gehen alle auf den. Das ist natürlich fresh. Alter, vergiftet. Puh. So, wen haben wir jetzt hier? Die? 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 Nee, runtergehen sollst du eigentlich nicht. Da steht unser Vogel. Den treffen wir nicht. Okay. Die? Die Dunkelheit nervt, ne? Den lassen wir hier raufgehen. Das ist ja total bescheuert. Oh, richtig weggedampft. Na gut. Okay. Hmm. Geht nicht, geht auch nicht. Das ist mit Pfeilen. Okay, nicht so nice. So, Schattenherz ist irgendwie richtig shitty drauf. Oh, den Vogel hätte ich gar nicht mehr im Blick. Oh, shit. Ach, nice. Also gar nichts. Ich kann sagen, das wird nicht reichen. Okay, man. Okay. Was ist das? Was ist das? Ah. Hmm. For the Lady of Loss! Die for Lady Star! Not nervous! You should never see sunlight again! Where are you from? There he is, okay. Maybe we'll get him out of here. Okay, that's a lot of cost. Hmm. Uns geht's eigentlich gut. Let's just look. Kalach is... ...not so good, ...but also not so bad. Aber gleich wahrscheinlich. Werfen geht nicht mehr. ...not so bad. 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 Wie ist das passiert? ...not so bad. Das geht nicht. Wie viel hat der noch? 45. Okay. ...not so bad. 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 Hmm. Oh. ...not so bad. ...not so bad. ...not so bad. ...not so bad. Hmm. Ah, das muss ... ...ding ins Kirchen machen. Kann ich ... ...ne, ich kann eigentlich nichts mehr, außer hier weg. Das war's für heute. Night, Singer. Lady Shah, your end is near. Ich überlege gerade, wir müssen irgendwas massentaugliches finden. Warte mal, wer steht denn hier noch rum? Also erstmal ein bisschen hier raus, wahrscheinlich in diese Richtung, damit wir überhaupt vernünftig zaubern können. Oh. Oh. Das wäre noch geiler, wenn wir die treffen würden, aber die Kalach nicht. Hm, also nochmal gucken. Ach so, Moment mal, Carla hat... Können wir nicht einfach... Warte mal, ich geh noch ein bisschen näher ran. Okay, das ist schon mal nicht so schlecht. Dann... Ja, auch nicht schlecht. Und das war's dann aber schon für mich, ne? Okay. Hm. Hm, hm, hm. Ich darf aber auch nicht mehr, ne? Nein. Okay. Geht alles nicht. Okay, müssen wir einen wegknüppeln wenigstens. Geht alles. Er hat 6. Den schauen wir wohl, oder? Hm. Okay. Hm. Der schieft wieder auf, ätzend, der nervt mich richtig. Okay. Okay. Was werden die machen, wenn wir gleich wieder richtig einen auf die Mappe zimmern? Hm. Wir haben einen coolen Spruch. Wir dürfen gar nichts mehr, ne? Wahrscheinlich. Dürfen wir noch ein... irgendetwas? Wir dürfen gar nichts mehr, ne? Okay. Okay. Wir können ja irgendwo hinlaufen. Wow. Okay. Ja, Schutzgeist. Okay. Ist der in Ordnung verdoppelt? Aber irgendwo dauert der Wunder hin. Da auch nicht. Okay. Da auch nicht. Bleiben wir hier. Oh, das kann nicht sein. Oh. Und da drüben hin? Nö. Warte mal. Aber wir haben doch noch den hier. Oh. 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 Wir kriegen mehr... Kann ich nochmal haste? My turn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na komm, hau ab, hau ab, hau ab. Oh, da oben rein, dahin geht's natürlich nicht. Okay. Wir brauchen irgendwas fieses oder mal ganz weit weg. Vielleicht eher ganz weit weg, wa? Na? Was habt ihr vor? Nix, bisschen Ruhm wackeln. Komm Digi. Das ist unglaublich, ey. Na gut. Okay, was wollen wir machen? Wir wollen hier weg. Wir probieren mal, ob wir mal hier rüber. Wie geht das? Weil es dunkel ist, ne? Oder mal können wir... Was ist denn das? Das ist... Nutzen ist grün? Hm. Würde das gehen? Nein. Kannst du irgendwo hingehen, Digi? Was ist dein Problem? Okay, komm, dann machen wir Licht an. Ist wie es ist. Kriegen wir wieder einen rübergezogen. Geht nur bis hier. Okay. Ach, das ist natürlich gar nichts. Gib sofort wieder einen drauf. Skala gleich wieder kaputt. So, aber ich kann doch jetzt irgendwo hingehen. Warum nicht? Okay, das geht. Aber nicht mehr genug Action. Okay. Sonst noch irgendwas übrig? Nö. Die warten, ne? Vielleicht war das Eis too much für die. So, jetzt erst mal überlegen. Main-Character müssen wir ja natürlich noch kaputt kriegen. Hm. Hm. Der ist weg. Und sie hat 19 weggekriegt. Okay. Hm. Gleich noch einen hinterher. Für uns alle. Hm. Mal gucken, ob ich immun bin. Nö. Doch, ich bin immun. Sehr gut. Aber sie nicht. Okay. Sehr fresher Move. Okay, was machen wir? Geht auf Kala. Schätze ich mal. Hm. 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 Zack. Oh gut. Aber von dem oben kriegen wir richtig eins, ne? Ja. Spielst du es mit mir? Okay. Oh, ich wollte gerade sagen, wo sind die nicen Getränke, aber ist nicht wegen kalte Knochen. Okay, wir müssen die kaputt kriegen. Was hat die noch? 19 oder was war noch? 31. Oh, das wird eng. Oh, schwierig, ne? Wie sieht es denn aus mit... Wie viel Chance? 16. Sehr überschaubar. Ah, die ist kaputt kriegen wir natürlich super, ne? Auch 16. Das ist mir irgendwie zu wenig, ne? auch auf die Gefahr hin, dass wir drauf gehen. Würde ich uns mal hier ein Zwischen stellen, oder? Ja. Hm. Das ist es. Tja. Das geht leider nicht. musterung! Kalte Knochen... Scheiße. Okay. Sauber. Also jetzt mal eben sie liegt da oben, aber keine kalten Knochen. Okay, dürfen wir werfen? Nein, nicht mehr. Sechs geht natürlich gar nicht. Okay. So, ist die Frage, wir gehen da rauf, ne? Schattenherz 14, ey, das geht auch nicht. Puh, wird knapp, ne? Kommt, ihr könnt ein bisschen schnarchen da unten. Oh, die sind zu zweit noch. Okay, die höre ich gar nicht auf dem Zettel. Okay, Carlo hat's überlebt, das ist gut. Oh, 41 plus, danke. Und unsichtbar und runter, okay. Ah, kalte Knochen. Da oben steht der Vogel noch. Okay. Okay, gut. Ich bin so, dass ich da hinten anfangen kann. Okay, jetzt einfach ausmachen. Ich bin so, dass ich nicht gewinnahe. Okay. So, ich bin so, dass ich nicht mehr so, dass ich da bin. So, ich bin so, dass ich nicht mehr so, dass ich nicht mehr so, dass ich jetzt das habe. Zu gefährlich da unten, oder? Darf ich da hinspringen? Nein. Hier rauf, da haut er mich gleich um. Hier unten könnte man Glück haben, ne? Wie weit darf ich noch laufen? Bis da. Ja, oh, wir können gar nichts machen. Wir können doch nicht mal hier ein bisschen kloppen, ne? Nicht mal schubsen. Na gut, wir warten mal ab. Ah, schwierig, ne? So, ein bisschen gucken hier. Also, sie sieht ziemlich schlecht aus, hat auch noch kaltes Dingster-Bombs. Also, müssten wir eher dafür sorgen. Boah, schwierig, ne? 10 Trefferpunkte mehr. Für alle? Erhört dich und deinen Trefferpunkt Maximum. Okay. Hm. Ist vielleicht nicht so schlecht, aber auch nicht so mega geil. Ich fände besser, wenn die anderen sich mal verzwiebeln würden. Was haben wir da im Portfolio? Vielleicht das hier. 24 ist gut. Hmm. Wie sieht's denn bei ihr unten aus hier? Gut, okay. Lass mal getränkt trinken. Und dann... Irgendwas cooles, ne? Okay, danke. Okay. 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 Warum kalte Knochen? Okay, verstehe ich. Dann gibt's für dich aber auf die Matte, Junge. Hm, kann ich da noch hin? Nein, aber das geht nicht mehr. Nee. Kleines Veilchen drauf ballern würde dann noch gehen. Jawoll. Okay. Okay. Den gibt's auch noch, aber der hat nicht mehr so viele Hitpoints, das ist gut. Jetzt noch weniger. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Wow. Die macht sich mal gerade wieder fit. Okay, und er ist down. Dann haben wir noch was Böses für sie. Okay. Ich muss mich erstmal ein bisschen schützen, ey, dass wir hier klarkommen. Hm. Autschi. Wow, sehr gut. Wie weit darfst du noch bis hier? We can't afford to let up. Also jetzt mal Angriff, oder? Tja. Oh, die habe ich ganz vergessen. Mist. Tja. No one shall remain shall enshroud all. Ah! Ah! uns bringt das nichts, ihr bringt das nix, also machen wir Angrave auf die Bösen, wie kriegen wir es hin? Ich weiß gar nicht mehr, was das hier ist, Schutzgeister, ruf Geister herbei, die dich beschützen, Gegner in deiner Nähe erleiden 3 bis 24 Schaden, ja. Ah, okay, ja genau, machen wir noch nie, hätte man schon längst mal machen können. Und jetzt mal gucken, wir können aber nix mehr, so richtig nice. Warte mal, wie sieht's denn? Knochengedönse, oder? Nee, auch nicht. Das heißt ja, eigentlich können wir noch ein bisschen heilen. Naja, sieben, okay. So, Karlach hat leider ein bisschen Problems. Wäre also sinnvoller, mehr an uns dran zu sein, näher. Nicht genug, genug, genug. Dann kann ich ja auch sprinten, oder? Ja. Mhm. Hm? Noch was benutzen darf ich nicht, ne? Natürlich zu schön, wenn ich den jetzt wiederbeleben könnte. Wo sind die? Oh, ich seh die immer nicht, ne? Wer hat die? Hollywoods, glaub ich. Hm. Oder? Meine Güte, ich find die immer nicht. Hier nicht, da nicht. Da sind sie 13 Stück, ey, Junge. Darfst du? Nee, ich dachte, wiederbeleben ist nicht, oder was? Plündern, okay, ne, müssen wir warten wahrscheinlich. Ob das jetzt nicht darf. Oder? Ich mein, ich hab doch diesen komischen Superspruch, den kann ich aber gleich sprechen. Vielleicht geht das ja. So, 10 weniger ist gut. Na, aber klar. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hm? Hm? So, jetzt muss ich dir, was das ist. So, jetzt muss ich dir sagen, was ich. So, jetzt muss ich dir nicht. So, jetzt muss ich dir, was ich. Okay, wiederbeleben geht nicht so richtig nice, danke. Ist das im Moment nicht verfügbar, ist ja okay. Also lassen wir mal ausprobieren, ob wir die nicht auch nutzen können. Ziel ist blockiert, warum denn? Geht nicht, okay. So, wie sieht es mit Carla aus? Sie ist irgendwie down, da kann ich aber noch was hinwerfen. Okay, und Carla hat jetzt nicht irgendwie... Doch, Knochengedünse. Okay, das heißt... Das war jetzt... Na, es war nur sie, okay. 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 Karloch Okay. Ist das Wichtigste, ne? Dass sie erstmal auf die Beine kommt. Weg unterbrochen. Wegen. I don't know. Boah, schwierig, ne? Wie komme ich da jetzt vorbei? Wenn die läuft, kriege ich die eins drauf. Kann man die vorher irgendwie... Gab's nicht sowas wie festhalten, das kann sie aber nicht, ne? Okay. 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 Was ist das? Wow, 5, nice. Uh-huh. So, wer von beiden hat weniger? 14. Okay. Okay. So, wer von beiden hat weniger? So, wer von beiden hat weniger? So, wer von beiden hat weniger? So, wir machen erst mal die kleine weg, oder? Ja. Das ist, glaube ich, erst mal wichtiger. Oder warte mal. Okay, Schutzgeister hätte ich jetzt nochmal gedacht, aber haben wir nicht mehr? Oder dürfen wir nicht mehr? Okay, weil Schutzgeister bringt ja nochmal schönen Bonus, wenn die eigentlich ranlaufen. Das glaube ich. Komm, drauf geht's. Hätte ja klappen können. Kann sie die nicht festhalten? Nee, geht auch nicht. Na komm, machen wir schön Fernangriff. 20% geht nicht gut. Ja, okay. Okay. Think Garnix, okay. Okay. Alter, 6% geht gar nicht. Was haben wir noch? Oh, my word. Ach so, das geht auf uns alle? Na, ist nicht so gut. Ja, wir müssen die ganz normal angreifen, ne? Mal sagen. Na, blöd ist die nicht, ne? Okay. Okay, komm. Ich dachte, man dürfte immer noch so ein bisschen nachhauen. Ist nicht, ne? Okay. Dann muss das erstmal reichen. Put'em up. Ah. Sieben bis zwölf, was hat die denn noch an Action? Vier. Alles klar, let's go. Dann hau ab, du dumme Kuh. Oh. Haha. Ah, okay. Well, next. Dann. deine parents die suchen wir jetzt gleich mal jetzt müssen wir erstmal jimmy dahinten nochmal fit kriegen das kann ich mir nicht vorstellen sie's reading your thoughts as I thought quite an adventure has brought you to this point illithids kidnapping infection the hells hunted by cultists and get the Yankee alike and of course the artifact its name does not concern me its power does I have been awaiting word of this item for some time ever since I dispatched a cadre of Lady Shah's children to retrieve it I have been very patient but no more I felt shadow hearts presence in your mind and with it the artifact she succeeded in retrieving it but then it is you who appeared not her where is the artifact too late to keep your counsel I'm afraid you already revealed so much to me during the mapping human me with a little negotiation perhaps we can find terms that will allow blades to remain sheathed hmmm the argument is of course interesting how about the artifact for your life and perhaps even my support in the battles yet to come against the absolute kann man probieren oder mit 20 alles klar das war nix wir können eh keine 21 würfeln sehe ich das richtig? ja lila la fascha was ist denn los? du liest doch da am boden hm ja lass mal sein ja lass mal sein et si wie quiet an adventure has please d you truly think that is an option? the artifact tell me everything Is das dir gar nix wir gehen jetzt erst mal und retten hier jimmy warum ist das blockiert er soll das wir gucken jetzt vielleicht erst mal ach so erstmal bringen wir die band wieder zusammen würde ich sagen ups ne nicht alle gruppieren meine warum ist er blockiert das weiß ich verstehe ich wirklich nicht weil ich hätte gedacht wir können ihn wiederbeleben man darf das nicht selbst sein erst schon klar ziel ist blockiert aber ich erkenne den block nicht okay also lass uns vielleicht mal ein bisschen bluten oder alter schwede aufgehen ist das wie es ist so sind überladen noch mal eben ein bisschen bluten und dann schicken wir das ganze ans ja wir schicken das jetzt schon warte mal was wollten wir das hier tja wer hat die doofen dietriche jimmy hat die oder habe ich auch welche ich glaube nicht gib mal her gale oder warte mal können wir können ins lager ja okay nee oh hey wie soll es das ich sehe dann werden es gern auch eine neue Habe ich keine 200 Mäuse oder was ist das Problem? Das soll wirklich heißen, dass ich keine 200 Mäuse habe? Ist das so? Hat irgendjemand noch ein bisschen Cash in der Tasche? Wie sieht das bei dir aus? Ey, das kann doch nicht sein. Ja gut, dann müssen wir ihn nochmal klar machen. Bedeutet aber, dass wir uns von ihm das Zeug holen zum Türenknacken. Äh, ja, verwenden, nee, schieb mal rüber. Achso, Moment, wir sind hier. Verwenden, Waren hinzufügen, ans Lager senden. Ach, kommt, bitte. Okay, gehen wir mal zurück. Wir haben die nicht, ne? Nein, wir brauchen die von Jimmy. An mich senden, Junge, das muss doch gehen. Okay, dann ein Schattenherz fertig. Zack, fertig. Ja, mach mal auf, bitte. Okay. Das war so cool. Schon ein bisschen näher. Das war so cool. sitzen erstmal nicht ok jetzt war da hinten meine ich aber noch kann man noch reingehen wollen sie auch ein bisschen schön haben erstmal lecker mieter essen das ist wie es ist ok kann man machen geht aber wahrscheinlich auch so aber nicht so gut endlich endlich ein bisschen entfernt warum ist dieses place so familiar Wollen wir ins Wasser rein? Nee, ne? Nee. Ich kann mal nicht weiter, oder ist ich das falsch? Nicht genug Platz, kein Bock, dies, das. Ich meine, dass es aber gegenüber auch noch eine Tür ist und und und, also das hier ist zwar ganz nett, aber... Dann gibt es auch noch dieses Riesentor da hinten, glaube ich, aber lass mal eben kurz hier drüben gucken, da geht es auch noch irgendwo rein. Oh ja. 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 Das mach doch mal die kleine Kiste da auf, das ist doch das spannende. kleine tour hier, komm schon geht nicht auf, da kommt man nicht ran hier haben wir noch lecker mitte rissen, oder? also ich glaube, wir müssen in die große Tür rein das heißt, wie es ist, machen wir jetzt mal, oder? oh, Carla, komm kurz mal eben hier die Map aufdecken, dass es nicht so dunkel ist you and I need to speak you may have evaded the mapping of the heart, but never mind I can delve into your true intentions right now you feel the barest of presences caress your mind she's reading your thoughts ah, as I thought quite an adventure has brought you to this point illithids, kidnapping, infection, the hells hunted by cultists and githyanki alike and of course we should have to forget one, is that so? can't be it, right? nice would it not nicht schlecht geht so legen wir da mal schön plus drei wow, okay und der Schlüssel die private Truhe ist das die da ganz hinten? wollen wir doch nur mal gucken ob das diese kleine ist kommt man echt nicht ran, ne? okay kommt vielleicht die private Truhe wirklich in diesem riesen Tor dort no keyhole must be some other way to get this open Schwelle des Verlusts okay ich weiß ehrlich gesagt nicht Schwelle des Verlusts hört sich jetzt an als wäre das das Ding von Mom and Dad, ne? okay hier ist ja noch irgendetwas was steht hier? only a Patriarch's loss can open this door if there's anything this city's nobility would hate to lose it's their wealth okay man muss wahrscheinlich wieder alles dunkel machen und so weiter wie kriegen wir es auf? irgendwas fehlt hier, ne? okay anyway ich bin jetzt so viel rumgerannt äh machen wir jetzt mal ein Päuschen weil der Fight war schon ätzend vielleicht kann man noch in den anderen Ecken da hinten doch noch irgendwas machen ich gucke mich nochmal um falls ich was rausfinde melde ich mich nochmal bis denne ciao ciao